Musik Hallo zusammen, mein Name ist Adi Toto und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder mal eine Fussball-Challenge mit dem Low the Dana. Oh schon, bitte schön. Bitte noch. Und wir machen noch mit dem, was hinter der Kamera tut. Das ist in der Kwanzone. Und jetzt schau gleich mal, was ich mache. Ohne zu schauen mehr. Warte, Bingo. Weisst du, eigentlich müssen wir gar nicht auf dem Ball rum. Ja, ja, ja. Die Regeln für die Challenge sind ganz einfach. Man muss sich zehnmal um die Volk Classic Eistee Flasche für 1 Franken drehen, zum Ball laufen und hoffen, dass man das Goal trifft. Insgesamt gibt es fünf Durchgänge und bei jedem Durchgang muss man sich zweimal mehr um die Flasche drehen. Wer am meisten getroffen hat, ist der Sieger der goldigen Volk Classic Eistee Flasche für 1 Franken. Es spielen der Bubu, der Olli und ich. Der Olli von da. Ja. Unsere drei Punkte sind gesponsert vor. Vollgeistee. Go! Ist gut. Ja! Was? 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 Was kostet überhaupt? Was? Ja! 12! 12! Ja! 12! Ja! 12! Ja! Ja! Äh! Ja! Ey, da ist mir so unter dem Fuss geführt! Nein! Der Schnubel dreist, der umgekehrt ist. Der Bubu ist jetzt da, der geile Bock. Du lässt es mal drauf? Go! Der Schnubel dreist. Der Schnubel dreist. Malta! Ja! Nein, Junge! Was für ein Parade! Machst du die Mühe, die unter so einen Kälter machen? Nein! Ist gut! Der Schnubel dreist. Ja! Loh! Loh! Mensch! Wieso dreist ich den Ball nie? Loh! Ja! Warte ab! Ja! 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 Ich habe keinen Bock mehr! So, jetzt 16 mal drüllen! Ja! 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 So, nein! Ja! Ja! Ich bin zu langsam. Auch das ist, was ich mache. Gut! Drei! Und los! Zähle ab! Nein, Mann! Weisst du, der zieht sich nicht alle dafür überall. Ich muss nicht mal laufen. Ich habe mir extra so Fixpunkte gesucht. Ja, scheisse. Und los! Jetzt! Ja! Jetzt! Achte! Auch da. Und los! Achte! Achte! Hau! Hau! Stop! Ah, raufst du irgendetwas, Mann! Wie bin ich da hoch? Mit links im Säcke. Also, mal schauen, ob der Adi jetzt noch ein Ehregoal macht. Los! Alter! 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 Das ist morgens, Mann! Let's sich jetzt aufs Famboubou. Achtzehn! Achtzehn! Ja jetzt! Nein! Yes! Oh no! Bubu, einigen zu achzehn Dreigen! Schöne Kammer-Schwenkung um den Sieger herum. Hier sieht man das Tornado-Loch, das wir verursacht haben. Die Reihe ist so rundum gegangen. Not bad. Oli, komm jetzt! Okay, das war das von dieser Challenge. Mir ist mega schlecht. Ich weiss nicht, ob es denen auch schlecht ist. Ich verschenke jetzt auf jeden Fall den Goldig-Eistee Classic, der nicht Goldig ist. Zwei Liter kann man in Folge kaufen. Und wenn man ganz genau anschaut, hat es den Energiewert von 8,6 Kilokalorien. 8,6! Und der Goldig-Eistee, der nicht Goldig ist. Fisch geht an! Oli! Yeah! F***! Ja, F***! Nice, Alter! Jetzt kaufen! In Folge für... 5,90 Kilokalorien!